Yo, was geht ab meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück hier zum alltäglichen Gangsterleben bei GTA 5. Ja, ihr seht schon, wir sind mit Travel unterwegs und heute werden wir noch wieder ein paar Missionen machen. Und zwar werden wir zuerst zu Josh fahren, das war der Maklertyp. Da haben wir schon mal ein Haus anzünden müssen und ein paar Typen ausschalten müssen und so weiter. Also, ja, da fliegt meistens irgendwas in die Luft oder brennt ab. Und mal schauen, was er heute für uns hat. Ähm, da vorne haben wir die Cops und da vorne haben wir die Mission. Oh, er hat Probleme mit den Cops, ich sehe schon. Schau mal an mein Haus. Er ist ein verdammt Knutjob. Schau mal an, Sir. Wenn du mir nur eine detaillende Deskription hast... Hier ist er. Tony! Wo ist deine Wälder? Du gehst mir. Officers, hier ist er. Dieser Mann ist total verrückt. Er hat mein Haus verbringst. Oh, hey. Nein, warte mal, du fragst mich. Er hat mein Leben verbringst. Er ist ein Stalker. Er ist ein Epsilonist. Ja, hol ihn. Okay. Ich muss einen ganz kurzen Abgang machen. Was für ein Wichser einfach. Ich denke so. Jetzt springt natürlich unser Auto nicht an. Ich drehe durch. So. Gut, wir müssen die Cops abhängen. Nichts leichteres als das. Und... Ja, das sieht man halt. Josh ist anscheinend doch nicht so cool, wie er immer tut. Wir haben ja für ihn... Also er hat uns ja gebeten, dass wir sein Haus anzünden. Wegen... Wegen Versicherungsbetrug. Da ist natürlich das Scheiße drin. Und ja, jetzt... Hat er uns die Cops auf den Arsch ketzt. Und die müssen wir uns erstmal abhängen. Das wird wahrscheinlich nicht allzu lang dauern. Weil wir werden jetzt ein bisschen querfelder einfahren. Dann werden die Cops sowieso aussteigen. So, hier sollten wir ja relativ sicher sein. Eigentlich schon. Normalerweise sollten sie... Kommen sie da hoch? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Eigentlich sollten sie ja nicht hochkommen. Okay, die laufen. Laufen ist natürlich scheiße. Dann kommen sie natürlich schon hoch. Okay, mit dem haben wir jetzt nicht gerettet, dass die so intelligent sind, um mal anfangen zu laufen. Aber dann suchen wir uns eben neuen Berg und fahren da wieder hoch. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir da rechts hoch. Schaut ein bisschen hoch aus. Aber vielleicht können wir jetzt auch so hinkommen, obwohl da vorne kommt schon wieder einer. Ah, Mist. Wir fahren einfach mal hier hoch. Warten hier mal kurz ab. Gut, also wir werden uns jetzt an Josh vorknüpfen. Und ich glaube, die sehen uns hier. Ah, leck mich da am Arsch. Läuft irgendwie halt. Ich habe bis jetzt noch nicht den richtigen Berg gefunden, wo ich mir abhängen kann. Äh, wo ich die Cops abhängen kann. Aber da oben, da sieht es schon mal nicht schlecht aus. Dann fahren wir halt den Berg hoch. Ja, das ist einfach die einfachste und schnellste Methode, wie man Cops abhängen kann hier in GTA 5. Und natürlich, wir können jetzt einen riesen Verfolgungsjagd machen und die Cops da irgendwie so abhängen. Aber, nee, ich habe jetzt keinen Bock. Und da komme ich nicht drüber. Nein, da komme ich nicht drüber. Aber vielleicht können, finden die uns hier gar nicht. Mal schauen. Das ist ja ein ganz cooles Versteck. Und... Es könnte gut gehen. Mal schauen. Einfach schauen wir mal, ob wir es packen. Und... Ja, bei mir hat es momentan unglaublich 35 Grad immer noch. Und es ist echt abnormal, hier aufzunehmen. Jawohl, bestanden. Klasse, haben wir irgendwie Gold? Nein, natürlich nicht. Warum? Gut, ich denke mal, jetzt werden wir uns Josh gleich vorknöpfen. Nee, haben keine Mission? Okay. Das wundern wir jetzt ehrlich gesagt, dass wir Josh nicht gleich niedermachen. Okay, dann fahren wir mal schnell zu Nigel. Und... Machen wir die nächste Mission. Da sind die Kopfschönen unterwegs, aber die tun uns alle zum Glück nichts mehr. Ja, es ist momentan... Okay, warum haben wir da einen roten Punkt? Komm her. Den holen wir uns so schnell. Oh, ist der schnell. Den will ich aber jetzt trotzdem haben. Komm schon. Aber wir müssen ja so schnell. Trevor, beweg mal deinen Arsch ein bisschen schneller. Wo ist der hin? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir ihn verloren. Ich würde sagen, wir schnappen uns heute gleich das Auto hier. Jawohl. Ganz unauffällig. Und... Gut, dann fahren wir schnell zu Nigel. Und mal schauen, was der dann für uns Neues hat. Ja, ich denke mal, Josh werden wir die nächsten Male dann platt machen. Weil der hat uns jetzt zauber verarscht. Und da lässt sich Trevor nicht mit sich reden. Ich denke mal, der wird ihn die nächsten Male irgendwann einmal abknallen. Und... Ja. So weit, aua. Kommt das Auto her. Gut, dann fahren wir schnell weiter. Momentan, ich weiß nicht, momentan hat GTA 5 so ein bisschen Durchhänger, muss ich sagen. Die Missionen sind jetzt nicht so überragend cool. Ich würde eigentlich... Ich warte eigentlich auf eine richtig coole Mission mal wieder. Aber da warte ich momentan ein bisschen vergeben. Mal schauen... ...als wieder soweit ist. Gut, dann müssen wir jetzt links weg. Und weiter geht's. Ja, Nigel war ja dieser Ei... ...dieser alte Typ, ähm... ...vor dem wir die ganzen Promis-Sachen klauen mussten. Und... Ja, die, was dann den einen Star da gefangen haben, keine Ahnung, den Dean Norello oder wie der hieß. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der hat bestimmt wieder ein paar Sammelmissionen für uns oder irgendwas derartiges. Kannst uns einfach mal überraschen. So, müssen wir denn hin? Wo ist denn der Typ schon wieder? Er ist wirklich am Arsch der Welt. So, na, hier müssen wir nicht rein. Hier müssen wir rein. So, wo ist er? Äh, da drümm, da drümm, da rechts. Vielleicht? Jawohl, da ist er ja. Das ist wert. Das Mälarke. Oh, er macht so viel Fuss, diese Celebs. Oh, er sind nicht wie Sie oder ich. Ah! Ah, apart von Ihnen, Jock. Would you go and get him one of his favorite pizzas? No. Dann weiß ich nicht was zu tun mit ihm. Ich meine, er hat nicht eaten für ein paar Tage. Oh, er hat einen großen Filmstör, okay? Jetzt, du kannst ihn entdecken, dass er genug ist, dass er genug ist, um ihn zufrieden ist, um ihn zu bleiben, um ihn zu bleiben, oder du kannst ihn auf den Artikel, wo er nicht zurückkehren will. Oh, ein Artikel, so viel Spaß. Oh, mein Gott, mein Gott, wie ein Pallava das ist. Entscheidungen, Entscheidungen. es gibt jetzt alles in der buchte kommen und müssen sich zu holen oder was anrufen okay zu den eisenbahngleisen ich glaube da müssen wir keine pizze holen manche auch mal schauen was wir jetzt vorrufen gut da lang jawohl erfahren wir schnell zu den eisenbahngleisen und machen irgendwas keine ahnung ach der typ ist drin ihr dachte es in dem haus drin ich bin der Mann, der dich von A zu B A ist der Schrank in diesem Auto und B ist ein verrücktes Szenario für meine選ung oh Gott, bitte, nein, ich habe Geld auf mich, viel Geld gut zu wissen, gut zu wissen, ich werde sicher zu holen, nachdem wir fertig sind oh, schade, schade, bitte lass mich weg ich dachte, du warst ein sehr schwerer Aktion-Movie-Guy ähm, was ähm, was machen wir jetzt und die ist verarscht, sie haben wenn ich den jetzt schade, 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 ich will nichts sometimes der Rhein ist das beste was willst du, Kurs? Drugs? was ist Kunst? ich habe viel Kunst! Ich habe viel Kunst! Ich weiß, du willst das nicht! F***! du kennst mich gar nicht, Al! und du würdest bereits meinen kulturellen Ständen ich finde das sehr offensiv ja, jetzt ist natürlich die Frage, soll man anhalten, den rauslassen oder soll man auf die Bahngleise stellen, ich weiß nicht ich habe irgendwie die Befürchtung, wenn ich den rauslasse dann holt ihr die Cops und dann kann ja schon mit den Cops rumschlagen das ist nichts, du willst! other than your cheeseburger, a cold beer, and you shutting the hell up I'm all good whatever they pay you, I'll double it they're not paying me anything and why are you doing this? well, one, I'm a bad person two, I understand that love takes many forms and three, most importantly, you've seen all our faces I've made the mistake of not tying up loose ends once before I won't tell a show, I promise we both know, you'll go straight to the police I won't I fucking swear it I could give you 10.000 dollars right now hmm ja, was machen wir jetzt? wir lassen die freikommen das ist die richtige Entscheidung war da wird die Lokomotive bekommen dann schauen wir mal bevor die noch rüber kommen na, es ging sogar locker jeder sagt das war ziemlich knapp, aber der ist anscheinend ziemlich langsam unterwegs gut, dann hätten wir das auch schon erledigt und ich sehe wir kommen ziemlich gut voran heute ähm, haben wir noch irgendwas Oranges da haben wir unser Auto hier haben wir nichts mehr da ist Michael noch was mit Frankl müssen wir das noch und Randale ja, da machen wir nun mal die Randale mal schauen ob mein Maus halt wieder rumspackt ich denke mal ja aber wir probieren es einfach mal ähm, ja, warum ich ihn jetzt loslassen habe, ich weiß nicht irgendwie warum ich ihn jetzt umbringe wenn er zu den Cops geht, dann würde er auf jeden Fall sowieso drauf gehen, denke ich mal weil dann würde man ihn wieder suchen und komm ich denke mal, der wird schon nicht zu den Cops gehen und doch da gibt es halt ein bisschen Action aber egal eigentlich hätte ich ihn unbedingt sollen egal, scheiß drauf die Entscheidung würde es den Spielverlauf auch nicht entscheidend ändern so, dann düsen wir jetzt mal mit unserem richtig schnell mega hyper duper Auto zu den Randalen und dann ballern wir wieder ein bisschen rum und dann machen wir vorher auch schon wieder Schluss, so wie es aussieht und beim nächsten Mal werden wir dann mit Michael wieder was machen und dann irgendwann mit Franklin und so weiter gut so, drei Kilometer ist natürlich auch schon wieder beachtlich das Stück ähm, ich weiß es nicht es gibt ja viele Missionen, die was man auf zwei Varianten machen kann und keine Ahnung die werde auf jeden Fall weil ich weiß, die letzte Mission, die kann man dann zum Schluss drei Varianten wählen da werde ich natürlich jede einzelne aufnehmen dann also über jedes Ending sozusagen sehen und aber sonst werde ich die verschiedenen Varianten nicht unbedingt einzeln aufnehmen so, dann müssen wir hier rechts es sieht so aus jawohl, dann biege ich mich hier mal schnell ab es pisst übrigens schon wieder es wäre echt schön, wenn es hier bei mir auch mal wieder regnen wird dann wird es mir nicht so die ganze Scheiße mal wieder abkühlen aber ne, da sieht es momentan absolut nicht dann aus so, wir müssen auf die Straße da oben komm komm, Auto gib Gas komm schon komm schon komm schon ja, wir schaffen es wir schaffen es jawohl braves Auto schönes, braves Auto gut, dann machen wir noch ein paar Randale und dann sind wir heute schon wieder fertig ich denke mal die nächsten Male werden wir dann Josh fertig machen und ja, da vorne haben wir die Randale die ballern wir jetzt ein bisschen rum ich spreche über etwas ich spreche über etwas sehr viel Post-Post-Ironie ich sagte ihm, ich mache ein Film über seine Arsch und nennen es Kuntz in Amerika aber das wird die Post-Ironik benutze des Wortes Kunt sowohl offensiv und auch anodymisch hey, was die fuck? ich finde dein T-Shirt mehr als ein bisschen offensiv wenn es eine Sache kann ich nicht es Post-Ironik Hipster wenn du es nicht magst dann kannst du zurück in Kanada Mann komm, du willst ein Stück von mir, oder? oh, warte oh, warte oh, warte 20, ok ok, mit der Schrotze ist natürlich ziemlich cool oh nein, die Maus spackt schon wieder rum oh nein, Leute, ich kann da nichts machen Mann, ey, was ist denn dieser fucking Drecksscheiß verfickten Huren so ein Maus los? Hallo, jetzt schießt doch oh Mann, ey, ich hasse diese Maus ich hasse diese Maus so, wir machen das jetzt da ist so ein bisschen gechillte ich hoffe, dass mit ich weiß nicht, was mit der Faschisten im Maus wieder los ist die war schon mal kaputt jetzt ist sie anscheinend wieder im Arsch aber ich hab keinen Bock, dass ich mich wieder neu im Maus kaufe so, jetzt zeigt sie, komm so, wie viel müssen wir? 20 ok, jetzt spackt sie schon wieder, super und wir gehen auch gleich drauf, sieh grad ich muss mal ganz kurz irgendwo in Deckung Moment, 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 Moment kommt jetzt da von hinten ok, der lebt nur ey, stell mir grad ziemlich bescheiden an werden wir, glaube ich, auf das erste Mal nicht schaffen da müsst ihr jetzt nur 5 Kills machen, kommt das können ein bisschen schwer werden obwohl wir haben es tatsächlich doch nur geschafft, jawoll oh, die Randale, die sind echt immer ein bisschen problematisch gut, wir haben es auf jeden Fall geschafft 120 Stück von 20 und oh, wir haben alle Randale jawoll, endlich ist es rum alle Randale sind vorbei na, Gott sei Dank ich muss sagen mit dieser Maus ist momentan nicht einfach so Randale zu spielen aber egal, wir haben es geschafft gut, das heißt wir im nächsten Mal machen wir da mit Michael weiter und wir kommen auf jeden Fall voran gut, also sag ich schon mal danke fürs Zuschauen an dieser Stelle ich weiß, du bist ein kurzer euer Partner wieder dafür wird der nächste wieder länger dann sag ich danke fürs Zuschauen machts es gut, bis zum nächsten Mal hier bei GTA5 machts es gut und ciao 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 Vielen Dank.